In der letzten Folge von ARK haben wir drei Blumenbeete gebaut. Dann haben wir uns ein Lagerfeuer in der Base gebaut, weil Dilo immer jedes Mal ins Lagerfeuer gemacht hat. Wir haben mehr Schränke gebaut, damit wir Platz haben für unsere Sachen. Dann haben wir gekackt, damit wir mehr Dünger haben für unseren Garten. Endlich konnten wir auch mal die Base verbessern mit ein paar Rampen. Und dann haben wir auch noch ein bisschen das Dach vergrößert. Am Ende haben wir noch mit unseren Scharfschutzkünsten einen Dilo gekillt. So, willkommen zurück zu ARK. Heute wird gejagt. Also erstmal gucken, dass wir jetzt noch unser scheiß Level hier voll kriegen. Ich werde da... Ja, was werden wir da machen? Ein paar Sachen noch herstellen und so. Irgendwie muss man ja hochkommen. Aber hier drin ist so dunkel. Lagerfeuer an. So. Jetzt ist schon heller. Ja genau, Narkotiks wollte ich ja herstellen. Sechs Minuten dauert es noch. Dann... Eigentlich könnte ich ja mehr machen hier, ne? Ich habe ja voll viel Fleisch, bevor es eh vergammelt. Was brauche ich da noch? Feuersteine, wie viel brauche ich denn dafür? Eins oder zwei Feuersteine für Narkotiks? Äh... Narkosemit. Ja, ich sage immer Narkotiks. Keine Ahnung. Äh, äh, was? Achso, ne. Ich brauche ja... Oh, Bären. Ich gehe jetzt Bärenfarm. Da kriege ich viel Erfahrung. Aber... So, aber mit Licht. Alalalala... So, Leute. Ich habe fertig. Ich bin jetzt Level 25. Dann verteilen wir nochmal hier was. Gewicht machen wir nochmal kurz. Weil das hat mich wohl aufgeregt. Ähm... Oha, kann ich viel bauen jetzt auf einmal? Was ist denn das? Ah, ein Zattel, oder? Fangen wir mal an hier. Alles zu erforschen. Hier sind die Betäubungspfeile. Jawohl! Was? Torfeenwandhalter. Okay. Der Ring ist Heilmittel. Das ist alles neu. Schmelzofen können wir bauen. Driceratop. Was? Na, Alter. Oh, geil. Das baue ich, Alter. Damit ich höre, wenn die anderen kommen. Torfeensockel. Ist auch neu. Eine Räucherkammer. Die brauchen wir auf jeden Fall. Für unser Fleisch. Bücherregal gibt es da noch dann. So, dann schauen wir mal. Was brauchen wir für die Pfeile? Ich glaube, ich habe schon alles drin. Oh, wenn wir noch mal die Pfeile herstellen. Ach, das war ja direkt im Inventar, oder? Waffen, Waffen, Munition. Betäubungspfeile. Ah! Ich brauche Narkotiks. Da haben wir noch. Da haben wir noch ein paar. Also. Dann kann ich 34 Pfeile herstellen, nur. Was ist da los? Also, ich brauche noch Pfeile. Ich brauche noch Pfeile. Die sind da drinnen. Ich brauche noch normale Pfeile. Ah, hier. So. Und jetzt kann ich... Wie viel herstellen denn? 61? Das ist noch okay. Jawoll. Craften wir mal alle Pfeile hier. Äh. Was brauche ich für normale Pfeile? Ich brauche noch mal normale Pfeile. Falls mal was wäre, ne? Ich will ja nicht jedes Vieh betäuben. Oh nein, jetzt wird gecraftet, ey. Jetzt wird richtig gecraftet. Schnell rüber, bevor ich voll werde. Ja, obwohl. Haben noch genug Platz. Und noch normale Pfeile herstellen. Ach, Fasern fehlen. HE2 beim Craften. Ne, HE2 beim Craften. Komm an. Herstellen. 98 Pfeile herstellen. Jawoll. Äh. Halt. Ich brauche das ja noch drin im Inventar. Gewicht. LOL. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Kann man mal die Hälfte wegtun. Ah, hab ich genug. Genug Gewicht. Bäm, 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 bäm. Massenproduktion, ey. Alles am Laufen hier. Ja, Pfeile können raus. Einer Feuerstein fehlt mir noch viel. Und Stroh. Da brauche ich jetzt draußen meinen Garten für die Bären. Aber das heißt, ich muss erstmal Dinos farmen, damit die mir Scheiße produzieren können. So ist die Scheiße. Ich glaub, ich baue mir so einen Ausguck. Wo ich dann von oben die Dinos betäuben gehen kann. Ich weiß nämlich nicht, wie lange so ein Haus hebt. Also wenn ich jetzt hier angreifen würde, oben auf dem Dach. Ich weiß ja nicht, wie lange der Dino draufhaut, bis mein Haus kaputt ist. Ich will ja nicht mein Haus kaputt machen. Soll ich das machen? Ja, ich mach das jetzt. Das Stroh haben wir noch. Herstellbares. Muss ja nichts Großartiges sein. Strukturen. Holz. Wo haben wir hier Grundding? Wo haben wir hier? Foundation. Decke, schräge Dach. Hä? Wollt ihr mich verhast? Ah, da. Jetzt die Frage. Reicht eins? Reicht eins? Reicht eins? Ich baue mal zwei. Ich weiß, wie ich's baue. Dann kommt der Rahmen. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann kommt eine Holzstrecke. Und eine Holzleiter. Holzleiter oder so eine Schräge, so eine Rampe? Hättest du eine Rampe? Ne, Holzleiter. Das müsste theoretisch reichen jetzt. Ups. Das will ich jetzt hier irgendwo vorne hin bauen, dass ich alles im Überblick hab. Weil ich will's ja nicht da hinhauen. Müssen aber auch paar Dinos in der Nähe sein. Oh ja, da ist Bodo. Aber der, der rennt ja weg. Hey, die greifen an, ne? Ich würd auch gern, wenn wir so einen schon hätten. Die produzieren viel Scheiße. Ah, wisst ihr was? Wir probieren es jetzt einfach mal. Ich baue jetzt das. Ja, nicht erfrieren jetzt. Ich bin grad dabei zu bauen. Oh. Bauen wir das so. Und so. Und dann hab ich mir überlegt, hier den Eingang. Obwohl, kann ich jetzt auch hier oben machen. Bauen wir hier den Eingang. Dann so. So, so, so. So, ja, einfach nur was kleines, gemütliches sein zum Farmen. Und dann noch das hier. Ich will hier die Leiter dran. Geht das so? Das reicht ja schon, ne? Ich will einfach nur da hoch. Ah, ne Tür fehlt. Habe ich doch was vergessen. Ein bisschen Holz. Bitte ein bisschen Holz. Dankeschön. Holztür? Gab es da nicht auch irgendwie so eine Dachluge? Falltür. Holzfalltürrahmen. Ja. Kack, tu ruhig. Ich brauche nämlich eine Kacke. Wo ist das jetzt hingerollt? Bestimmt hier runter. Was ist denn das? Ein Stein. Wo hab ich jetzt hingekackt? Ich will die Kacke haben. Egal. Aber. Geh weg. So, die Leiter kommt weg jetzt nochmal. Inventar. Zack. Zack. Ha. Hätte ich auch nur einen Raum machen können. Egal. Da wird jetzt noch ein Lager oder sowas. Äh. Tür von da hin. Ich seh nix. Wo baue ich denn das jetzt hin? Oh, halt mal da. Ah, dann machen wir mal so rum. Hä? Hallo. Ich will da hoch. Hä? Will ich mich verarschen jetzt? Wie kann man... Hä? Ah. Lol. Endshaft. Muss man so auswählen. Egal. Das passt ja noch. Oh, 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 oh. Oh. Ich will dich haben. Ich will dich haben. Ich will dich haben. Fleisch habe ich dabei. Nein. Flieg nicht weg. Oh. Aber du gehörst jetzt mir. hier. Ja. Hi Dilo. Hi Dilo. 130. Das ist der Wunstern, was gekillt hat, oder? Immer mal wieder ein bisschen warten und dann angreifen. Alter, du gehörst mir, du Mistvieh. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Ja, guck mich an. Guck mich an. Du gehörst mir. Hier. Jetzt renn da weg. Äh, ne. Du bleibst schön da. Oh, oh. Schneller, schneller, schneller wieder rein. Oh. Oh. Na, du gehörst mir, ey. Das kann ich vergessen. Du kommst hier nicht weg. Ich frage mich nur, wie viel ich brauche. Ich glaube immer 3, 4 Sekunden warten und dann wieder schießen. Das tickt nämlich so irgendwie hoch. Wenn ich den habe, dann kann ich schon ein bisschen größere Dinos angreifen. Ja, 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 ja. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Nicht wegrennen. Ich hab dich. I have you. Ich hab den Dino. Ich hab den Dino. Komm, 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 komm. Das ist mir gerade so auffällig. Ich brauch Bären, ne. Oh, oh. Ich hab keine Narkotiks oder so. Panik, 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 Panik. Ich brauch Narkotiks. Nein, nein. Ich brauch Bären, ich brauch Bären. Ich bin so gut darauf vorbereitet. Muss ich mit den normalen Bären nicht auskommen. Komm schon, gib mir schwarze Bären. Jawoll. Haben wir schon mal zwei. Ja, komm, komm, komm. Ah, so ein Schießstand ist schon cool. Da passiert eigentlich nichts. Das ist so ein bisschen System ausgetrickst, ne? Gut. Aber ich denk mal, äh, bei so nem T-Rex oder so, glaub ich, bringt das nix. Wie sieht's denn aus? Benommen ist er noch. Der ist ja schon halb gezähmt, ey. Das ist schon krass schnell gemacht. Irgendwie. Da brauch ich ja gar nicht so viel. Kann ich ja schon die Bären wieder rausholen, ey. Ha! Mein Dilo! Wie nenn ich den? Wie nenn ich den? Das ist der Kurt. Du bist... Du siehst aus wie ein Kurt, ne? Du bist so... Ja, du bist ein Kurt. Oder? Ja. Der sieht cool aus mit dem weißen Stacheln, ey. Oh, sorry! Ich wollte dich nicht hauen. Ich wollte mich hinknien. Wie kann ich also... Verdammt! Ich wollte dich echt nicht hauen. Tut mir leid. Nicht böse angucken jetzt, ja? Aha! Ja, noch einmal fressen, dann kannst du mir, ey. Dann hab ich ein Level 130er Dilo, ey. 130! Für den Anfang ist, glaub ich, gar nicht mehr so schlecht, ne? Jetzt brauch ich da nur noch ein Reittier, ein Raptor. Da ist er! Ein Dilo! Ja! Äh, ja. Der Kurt! Annehmen! So! Ah! Der kackt, der kackt, der kackt! Ich hab meine erste Einnahmequelle. Komm her, ich will das aufheben. So. Wechsel Aggression zu neutral. Ja. Ich will, dass du neutral bleibst. Passiv. Dein Ziel angreifen. Neutral. Nein, nicht aggressiv. Folgen. Ja, er soll folgen. Folgeabstand mittel. Ja, ist okay. Ändere Zielentfernung von mittel. Äh. Weiß jetzt nicht, was das sein soll. Aktivieren wandern, ne? Äh. Bleibt er jetzt auch im Umkreis? Weil... Ich weiß noch, wo ich damals gezockt hab. Da sind sie einfach weit, weit, weit weg gelaufen. Ich hab sie nie wieder gefunden. Ähm. Wo waren nochmal die Befehle fürs Pfeifen? Äh. Äh. Ich will nicht der Befehls-Auswahl apostroph. Ne. Ich will aber nicht apostroph. Was ist denn bei Q? Faust wechseln, ne? Brauch ich nicht. Machen wir mal hier Q. Ah ja. Alle Folgen. Da sind alle Befehle drin. So. Hä? Ah! Den will ich auch. Ah! Befehl. Äh. Befehl. Pfeife. Passiv. Bleibst du da? Der Wagen rennt er so schnell weg. Die Schwillig, du kleines Drecksvieh. Komm du bitte wieder her. Ah. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er jetzt? Ah. Ich sehe ihn nicht mehr. Nein. Flugsaurier. Ich will unbedingt ein Flugsaurier. Was für ein Level haschen, du. Level 20. Der könnte umfallen. Lol. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Dilo. Da bist du. Komm her. Ich brauche das Fleisch. Gib mir mal ein bisserl. Hä? Nicht alles. Jawohl. Bäm. Du gehörst mir. 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 Pfeife passiv. Pfeife neutral. Jetzt könnte er wieder mich verteidigen. Ein weiblicher. Was hat man hier überhaupt? Das sieht man nicht. Okay. Ah doch da. Weibliches Geschlecht. Was? Der ist 179. Was ist denn da passiert? Ah. Hast du gekackt? Du hast gekackt. Braver. 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 Jetzt geht es ab mit. 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 Ich kann bald die Dings durchfliegen. Durch Umrunden. Die Insel mal beobachten. Äh. Nicht beobachten. Erkunden halt. Da rein. Du machst jetzt hier Scheißhaufen rein. So. Ja. Stroh brauch ich auch hier drin. Hä? Halt doch beide rein. Hallo Dodo. Mich würde es halt gerne interessieren. Ich teste das einfach mal aus mit dem Kurt. Auf Wandern schicken, wenn ich offline bin. Wo bin ich denn hier? War doch hier irgendwo hier. Ah, wie viel hast du denn? Man kann das ja ein bisschen beschleunigen. Oh, kriegt er nämlich schneller Hunger. Aber dafür kriegt er halt mehr... Ähm, wieder, wieder, wieder bewusstlos. Äh, verschwindet die Bewusstlosigkeit. Ah, egal. Wir haben ja genug Bären dabei. Oh, geht doch ziemlich schnell runter, ne? Hier unten seht ihr es benommenheit. Ich glaube, ich muss noch ein paar Bären fahren. Gib mir Bären. Level up. Boah, sieben Stück habe ich gekriegt hier. Krass. Okay, dann habe ich nochmal ein paar Bären gekriegt. Gut. Alter. Du hörst dich an, wie wenn du rennen würdest. Wie du, wenn du voll schnell rennen würdest. Level 20, ja? Soll ich noch einzähmen? Dann habe ich voll die Armee. Auf einmal. Ja, aber die Schildkröte, die ist nicht so... Ja, obwohl die... Ja, ich weiß nicht. Brauche ich eine Schildkröte? Nee, ich brauche keine Schildkröte. Ich brauche den hier, aber der braucht gerade vor lange. Komm, fress schneller. Ich hoffe, dass der auf meinem Dach bleibt. Ich versuche, den da hochzulocken und der soll nicht abhauen. Äh, was? Bist du das? Gut. Jetzt so rummekaniert. Genau. Bei den Dinos bleibt das vielleicht auch länger haltbar, glaube ich. Das ist, glaube ich, Zufall, dass es nur vier Minuten sind, aber ich glaube, ja. Ja, haben wir es bald. Ich will dich jetzt nicht alleine lassen. Oh, ich will unbedingt einen Raptor. Ich weiß aber nicht, wo es die gibt. Das Sonnele ist ja mal gestorben an einem Raptor. Da ist das kleine Vieh wieder. Komm her, du Drecksvieh. Äh, egal. Äh, egal. mich nicht. Das kleine Vieh hole ich mir irgendwann mit dem Raptor oder so. Dann kann ich nämlich schnell hinterher rennen. Ja, haben wir es bald. Noch zweimal füttern oder so. Kannst du nicht schneller eingehen irgendwie? Du bist ja nur Level 20. Aber je größer der Dino, das schon länger dauert das. Ich denke mal bei den größeren Dinos werde ich... Oh, was ist das? Oh oh. Eine Fliege. Ich weiß noch, die hat mich am Anfang gekillt. Am ersten Spawn. Du hast schon wieder gekrackt. Braver Kurt. Du kackst mich reich, ey. Ja, komm. Ich will letztendlich das hier vorüber haben. Ey, lass mich vorbei. Ach, komm. Dauert doch nicht mehr lange. Äh, noch ein Ding hier benutzen. Wie viel Futter gibt's? Ich glaub, 40, ne? Ne. Dann bei 50 oder so frisst er erst wieder. Auf. Hier haben wir noch ein bisschen Gas hier. Ach, so viel ändert sich das gar nicht. Ah! Ah! Wie heißt der? Wie heißt der? Wie heißt der? Sag mir mal Namen. Sag mir mal Namen. Fly me to the moon. Annehmen. Ja, kack du auch. Danke. Jawohl. Jetzt geht's ab. Jetzt krieg ich Nahrung. Ey. Aufheben. Wo ist mein Dilo hin? Da. Ja, dann folgt mir mal. Ich zeig euch mal das Haus. Zuhause. Ja. Es ist voll geil, wie der mir hinterher fliegt jetzt. Juhu. Lalalala. Könnt ihr auch hier rein? Ah, ist ja schlecht, gell? Äh. Befehl. Alle folgen. Alle folgen. Alle anhalten. So, dann. Ja, aber du bleibst auch da, ja? Hey, du wanderst jetzt nicht rum. Wo haben wir ihn hier? Wandern? Wandern? Deaktivieren. Oder soll man ihn mal wandern lassen? Und dann gucken, wo er später ist. Äh. Befehl folgen. Stellst dich aber hier vor die Haustür. Komm her. Ja. Komm, komm, komm. Komm. Verfolgen. Deaktivieren. Jawohl, kommt. Ich lasse es jetzt mal wandern. Wir haben ja da vorne den Stand. Wir können uns immer wieder ein Dino holen. Aber du kriegst auch... Deaktiviere. Aufsammeln. Okay, Opfer gegen... Nee, du sammlest auf. Okay, alles klar. Dann wandert du mal schön. Und du bleibst hier, bitte safe. Äh. Ja, sorry, äh. Du bleibst... Passiv. Du bleibst aber hier, bitte, ja? Nein, nicht wandern. Habe ich jetzt wandern ausgewählt. Verdammt. Komm her. Folgen. Habe ich jetzt Folgen? Ja, komm mal hier hoch. Kannst du bestimmt hier hoch, oder? Komm hier hoch. Hey, hi. Äh. Deaktivieren folgen. Kannst du jetzt hier landen? Land mal. Komm, lande. Aber da fliegt im Kreis. Mir egal. Äh, egal. Flieger im Kreis. So, und dann war's das schon wieder mit der Folge. Ich werd immer länger mit der Folge. Weil es so aufregend hier ist. Ähm, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ihr könnt auch gerne mal ein Abo da lassen. Und ein Like. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao. 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 Ciao.